Musik John Demjanyuk ist tot. Ukraineischer KZ-Aufseher starb im Alter von 91 Jahren. Bad Fallenbach, Bayern. John Demjanyuk ist tot. Das oberbayerische Polizeipräsidium bestätigte am Samstag, dass der ehemalige KZ-Aufseher in einem Seniorenheim im Alter von 91 Jahren verstorben ist. Er war im Mai 2011 wegen Beihilfe zum Mord an mindestens 28.060 Juden im Vernichtungslager Sobibor zu fünf Jahren Haft verurteilt worden, jedoch war das Urteil noch nicht rechtskräftig. Demjanyuk soll 1943 als Hilfswachmann im KZ Sobibor tätig gewesen sein. Seine Anwälte sahen das anders. Es war noch nicht einmal erwiesen, dass er überhaupt zu diesem Zeitraum dort war. Und selbst wenn, konnte ihm keine einzige Tat nachgewiesen werden. 1953 wanderte Demjanyuk in die USA aus. Erstmalig vor Gericht stand er 1986 in Israel. Dort wurde er der Beihilfe zum Mord an mehr als 800.000 Juden für schuldig befunden und zum Tode verurteilt. Jedoch hob 1993 das oberste Gericht Israels das Urteil auf. Das israelische Gericht hatte erhebliche Zweifel an der Schuld des Betroffenen. Plötzlich nahm im Mai 2009 die Zentralstelle für Aufklärung von NS-Verbrechen das Verfahren wieder auf. Daraufhin schoben die USA den Kreis im Rollstuhl nach Deutschland ab. Der hier nun verstorbene Demjanyuk muss nun auf deutsche Steuerzahlerkosten beigesetzt werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017